Hallo bei BILDNER TV, Fotovideo und einem neuen Video rund um die coole Software Luminar Neo. In diesem Video geht es um eine der neuen Erweiterungen von Luminar Neo. Es geht um die Erweiterung HDR zusammenfügen. HDR ist eine Technik, erkläre ich euch nachher noch, mit der man extreme Kontrastumfänge in den Griff kriegen kann und wie euch Luminar Neo dabei hilft, eure Fotos noch besser hinzubekommen. Das erkläre ich euch in diesem Video. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BILDNER TV, Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Bessere Bilder, da geht es natürlich immer auch nicht nur ums Motiv, sondern um die Belichtung. Und Belichtung kann manchmal knifflig sein, wenn der Tonwertumfang, der Kontrast eines Motivs einfach zu heftig ist. Da zeige ich euch heute in diesem Video einige Beispiele, wo dann ganz klar wird, worum es geht. HDR, nur zur Info vorweg, HDR heißt High Dynamic Range und ist eine Technologie, mit der man eben extreme Tonwertumfänge, die eine Kamera nicht ohne weiteres erfassen kann, trotzdem auf den Sensor kriegt, beziehungsweise dann nicht nur in ein Bild, sondern in mehrere Bilder. Und diese Bilder, die man während des Shootings erzeugt, die kann man dann hinterher mit der geeigneten Software, in unserem Fall Luminar Neo, zusammenrechnen, um dann eben diesen extremen Kontrastumfang eines Motivs doch in ein einziges Bild zu bringen. Die Erweiterung, die dafür notwendig ist, in Luminar Neo, heißt HDR zusammenfügen und ich erkläre euch nachher jetzt in diesem Video, wie man mit dieser Erweiterung arbeitet und ratzfatz zu wirklich coolen Ergebnissen kommt. Deshalb gleich rüber zum Computer und ich zeige euch Luminar Neo und die Erweiterung HDR zusammenfügen in Action. Die Erweiterung, die wir uns heute in Luminar Neo ansehen, heißt HDR zusammenfügen. HDR, sagte ich ja schon, High Dynamic Range dient dazu, um einen Kontrastumfang, den man mit einem einzigen Foto nicht erwischen kann, doch in ein Bild hineinzubringen durch eine Belichtungsreihe. Die Belichtungsreihe, ihr seht es hier, ich habe mir diese fünf Bilder bereits in den Katalog importiert. Hier oben über die Schaltfläche Fotos hinzufügen, kann man einzelne Bilder oder ganze Ordner hinzufügen, das habe ich gemacht. Hier der Ordner heißt HDR zusammenfügen und diese fünf Bilder sind eben jetzt konkret auch wirklich bei einem Job entstanden. Ich sollte hier einen Innenraum fotografieren, der eben innen relativ dunkel war, mit Fenstern bei hellem Tageslicht. Also man sieht es schon hier bei der dunkleren Aufnahme, da draußen sieht man kaum was. Wobei hier schon noch Strukturen da sind und bei der hellsten Aufnahme sieht man natürlich in den Fenstern überhaupt nichts mehr. Das ist so eine klassische Situation, in der man unbedingt mit HDR-Technik arbeiten muss. Ich habe also hier eine Belichtungsreihe gemacht aus fünf Aufnahmen mit jeweils einer Belichtungsstufe Unterschied. Und diese fünf Bilder, die fügen wir jetzt mal hier in diese Schaltfläche HDR zusammenfügen. Ihr seht schon, hier steht, ziehen Sie 1 bis 10 Bilder hierher, um zu beginnen. Also die Belichtungsreihen dürfen auch ein Bild, da habe ich ein bisschen gestutzt anfangs, also die Belichtungsreihe, gut, dann ist es keine Reihe, aber man kann hier auch mit einem Bild arbeiten und HDR zusammenfügen. Also hier diese Erweiterung macht auch aus einem Bild ein Bild mit gesteigertem Dynamikumfang. Das schauen wir uns nachher nochmal extra an. Aber jetzt fangen wir mal an mit dieser klassischen Belichtungsreihe von fünf Aufnahmen. Die ziehe ich jetzt hier rein. Die werden hier alle fünf angezeigt. Und ihr seht hier unten auch schon die Information, mit welchem Belichtungsintervall hier gearbeitet wurde. Ich sagte euch ja vorhin, jeweils eine Belichtungsstufe Unterschied. Also bei minus zwei fing es an, minus eins, null bis plus eins, plus zwei. Jetzt klicken wir hier mal auf diese drei Punkte Schaltfläche. Automatische Ausrichtung ist immer eine gute Sache, sollte man eigentlich aktiviert lassen. In dem Fall lasse ich es jetzt mal weg, da ich hier mit Stativ gearbeitet habe. Schauen wir einfach mal, was passiert. Die chromatische Aberration, die könnte man auch reduzieren, wobei es hier nicht notwendig ist, denn diese Bilder, die habe ich bereits, was die chromatische Aberration und was Objektivfehler anging, korrigiert. Also das sind schon etwas optimierte Bilder. Geisterbilder reduzieren. Hier geht es darum, wenn jetzt hier irgendwelche Leute durchs Bild laufen würden, gerade bei Langzeitbelichtungen, dann würden hier natürlich geisterhafte Personen oder also so Geisterschemen auftauchen und die könnte man reduzieren. Ist hier natürlich auch nicht notwendig. Okay, dann klicken wir einfach mal auf die Schaltfläche Zusammenfügen und sehen dann mal, was passiert. Gehen wir mal in die Aufnahme, die Luminar Neo jetzt hier erzeugt hat. Wir haben hier eine TIFF-Datei. Also eine der, als Dateiname wurde der genommen, der Dateiname einer der fünf Aufnahmen plus diesem HDR, Unterstrich HDR, um zu zeigen, hier ist es, das hier ist eine HDR-Aufnahme, also eine zusammengefügte Aufnahme und dann eben Endung TIFF. Wir haben es hier mit einer TIFF-Datei zu tun. Und jetzt aus diesem Bild, wie man schon sieht, wurde eine Aufnahme gemacht, die tatsächlich von den tiefsten Schatten bis zu den Lichtern alles enthält, das eben bei den ursprünglichen Aufnahmen auf fünf Bilder verteilt war. Diese Aufnahme, so wie sie jetzt ist, würde ich natürlich nicht an den Kunden weitergeben oder verwenden. Ganz klar, das hier ist aber jetzt die Basis für weitere Bearbeitungen, gerade was jetzt die Tiefen angeht, was die Strukturen, die Details angeht, da steckt natürlich noch ein bisschen Bildbearbeitung drin, was man eben dann hier im Bearbeiten-Bereich machen könnte. Darum geht es aber jetzt natürlich nicht hier in diesem Video, sondern es ging ja darum, diese HDR-Funktionalität zu erzeugen. Was man jetzt nicht machen kann, hier mit dieser Datei über die Erweiterung HDR zusammenfügen, schon mal den Look auf irgendeine Weise verändern. Das macht man dann tatsächlich über die Bearbeiten-Funktionen von Luminar Neo. Ihr seht schon, Luminar Neo ist ein Programm, das jetzt nicht unbedingt auf den Traditionen von Photoshop, Elements, Gimp oder so beruht, sondern einen ganz eigenen Weg geht. Wenn euch Luminar Neo interessiert, wenn ihr euch vielleicht das Abo schon zugelegt habt oder die Testversion angeschaut habt und mehr über das Programm wissen wollt, dann empfehle ich euch dringend einen Blick ins Buch, das wir zu Luminar Neo bei uns im Programm haben. Der erfahrene Luminar Neo oder Luminar-Kenner, Luminar gab es auch schon in früheren Versionen, zum Beispiel Luminar AI, das war die Vorgängerversion, der erfahrene Kenner Michael Gradias hat ein Buch zu Luminar Neo, speziell zu den Erweiterungen geschrieben. Allerdings findet ihr in diesem Buch nicht nur alle Infos rund um die wirklich coolen Erweiterungen des Programms, sondern ihr erfahrt auch alle Basics, die ihr braucht, um mit Luminar Neo produktiv zu arbeiten. Deswegen schaut mal bei uns in unserem Shop vorbei unter bildnerverlag.de, da gibt es das Buch natürlich gedruckt, aber auch als E-Book, sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch und es gibt einige Gratis-Kapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt, um einfach schon mal ins Buch hineinzuschauen. Ich sagte ja vorhin, dass wir uns nochmal diese Funktion anschauen, was Luminar Neo aus einem einzigen Bild HDR-mäßig machen kann. Da nehme ich mir jetzt einfach mal die Datei hier, das Bild mit der mittleren Belichtung und ziehe das hier auf HDR zusammenfügen und klicke wieder die Schaltfläche an. Auch diese Datei wird jetzt bearbeitet und dann wieder in den Ordner HDR-Merge. Habt ihr ja vorhin vielleicht gesehen, HDR-Merge ist ein Ordner, den Luminar Neo angelegt hat für die Ergebnisse des HDR-Zusammenfügens. Also hier in dem Ordner HDR-Merge steht jetzt auch die zweite Datei. Das ist jetzt diese hier. Das hier ist die Datei, die aus fünf Belichtungen entstanden ist und das hier ist die einzelne Datei, aus der Luminar Neo noch was gemacht hat. Und da würde ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht wirklich überzeugend. Also da gibt es vielleicht andere Anwendungen, die hier bessere Ergebnisse bringen oder anderes Ausgangsmaterial, das bessere Ergebnisse bringt. Aber hier bin ich jetzt nicht wirklich überzeugt, dass da eine gute Qualität bei rauskommt, die dann auch verwendbar ist. Also für mich ist klar, wenn man professionell HDR-Bilder erzeugen möchte oder mehr oder weniger professionell oder auf hohem Niveau HDR-Bilder erzeugen möchte, dann führt nichts an einer Belichtungsreihe vorbei. Ob das jetzt tatsächlich fünf Bilder sein müssen, wie in meinem Beispiel oder wie meistens reichen wahrscheinlich auch drei Bilder aus, das sei mal dahingestellt, da muss man die jeweilige Situation betrachten. Man kann übrigens nur so als Tipp für die Praxis natürlich immer fünf oder sieben oder neun Fotos einer Belichtungsreihe machen und dann sucht man sich eben später am Computer in Ruhe die Bilder aus, die die Details zeigen, die man haben möchte. Und dann kann man natürlich so eine Belichtungsreihe auch letztendlich manuell auf eine Anzahl von drei oder fünf reduzieren, ganz klar. Und mit denen arbeitet man dann eben hier in Luminar Neo. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man mit HDR-Zusammenfügen Kontrastumfänge über Belichtungsreihen und Luminar Neo in den Griff bekommt. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch weiterhelfen konnte, lasst uns einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir machen hier noch mehr Videos rund um Luminar Neo beziehungsweise die Erweiterung von Luminar Neo, die ihr dann eben auch detailliert erklärt bei uns im Buch findet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bei nächster Gelegenheit bald wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viele kreative Momente, wünsche euch viel Spaß mit der digitalen Fotografie. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.